So, das einzige, was wir jetzt ausprobieren können, ist halt wirklich durch, weil die Muster bringen die Aufschluss. Der und der. Der müsste... Ah, ich kapier. Das ist... Wie dumm. Wie dumm. Wir haben hiermit angefangen. Der geht mit dem Stick, mit dem Stift und mit diesem komischen Halbmond da weiter. Halbmond. Und diesem komischen Rechteck. Rechteck, Dreieck, Dreieck, Ende. Wie dumm. Ganz ehrlich. Ich saß hier gerade und hab mir jetzt angeguckt, das Video, und hab mir diese Anfangsgrenze geguckt und hab gedacht, irgendwas muss doch damit zusammenhängen. Ja, mal runter hin. Toll. Ja, ja. Ach, komm. Das, du musst, du mir das einfacher. Weiter runter. Ja. 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 Ah, schon wieder ein Rätsel. Sagen wir diesmal... ...bitte mal irgendwas mit Erklärung. Na bitte. Die Laternen nutzen um die... Okay. Äh... Äh... ... 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 normal schweiz da hoch oder was? scheint gehen wir mal fix hoch zack äh gut Manchmal will ich nichts denn jetzt, manchmal nicht mit diesem Absprung. So. Ist jetzt hier rum oder so? Da. Ich will hoffen, dass ich... Ich will jetzt hier nicht runterfallen, ne? Okay. Alter, das ist schwer, ich dachte schon. So. Das letzte Rätsel will ich, glaube ich, sagen, ne? Da. Das Schloss. Nun zum goldenen Schlüssel. Okay. Irgendwie komme ich jetzt... Oh, ich muss jetzt alles zurücklaufen oder was? Ja, ich weiß, die Truhe ist voll. Und ich laber die ganze Zeit. Aber ich hatte mich noch gemütet, du Idiot. Und unten hatten wir jetzt die Dinger fertig gemacht. Die Säulen waren einfach. Ich habe mich hochgeklettert. Sektionen habt ihr ja mitbekommen. Und jetzt habe ich noch gesagt, dass wir gerade noch an die Tour gehen wollten und den ganzen Weg wieder zurücklatschen müssen. Lass mich überlegen. Ne, hier kommen wir nicht durch. Ich habe keine Ahnung, Wahl. Ich muss hoch. Dann ist es halt so, dass wir halt hoch müssen. Ich will doch nur den. Ich will doch nur den. Können wir hier so einfach durch? Oh, ja. Das geht ja relativ fix. Was ich uns erwarten kann, sind da oben. Ja. Ach man, geht doch einfach mal. Ja, danke. Du bist nicht jung, oder kommst du noch ein Stück näher? Na komm her. Fick war das. Richtig. Ich. Wache das. Tag. Na, was gibt es denn? Wer als Belohnung? 10.000 Lire. Lire. Immerhin. Das sind 30 Stück, ne? Gut, ich hätte den jetzt nicht, äh... ...bei die Machen direkt angreifen sollen, aber... ...naja. Macht ja auch nix. 25.000 gibt's hier nochmal. Kann man sich nachher gut eindecken wieder. Und ich hatte gesagt, du bleibst hier, oder etwa nicht? Wechseln wir mal die Machen wieder. Oui, monsieur. Wechseln wir mal die Waffen wieder. Ich glaube... ...ist besser. Anpassung, wir können aber mal eben einkaufen, Ausrüstung. Ausrüstung... So, fangen wir mal mit dem Brustteil wieder an. Was haben wir noch hier? Ich glaube... ...und das kaufen wir mal. Obwohl, das sieht ein bisschen kacke aus. Muss ich dazu geben. Und... ...tab Sacke aus.